Hi, mein Name ist Dominik von worklifebalancecoach.com und in diesem Video habe ich einen weiteren Hörtest mit dir vor, der so ähnlich ist wie mein erster Hörtest mit den Frequenzen hören. Es baut nämlich darauf ein bisschen auf, dass du gewisse Frequenzen in einem höheren Alter nicht mehr hören kannst oder dass dein Vermögen, hohe Frequenzen zu hören, immer mehr abnimmt und entsprechend auch die Sprachverständlichkeit immer mehr abnimmt. Das heißt, es fällt dir immer schwerer, gewisse Konsonanten zu verstehen und damit auch Sätze. Und in diesem Video möchte ich dir ein paar Aufnahmen von mir vorspielen und es geht darum, dass du in den Kommentaren schreibst, was du verstanden hast oder ob du es verstanden hast und dann wollen wir mal sehen, ob du alle Aussagen von mir verstehen konntest. Weiß doch jeder, dass das Atomgewicht von Kobalt 58,9 beträgt? Man muss schon an Zeitreisen glauben, um so verrückt zu sein, seinen Hund Einstein zu nennen. Man muss schon an Zeitreisen glauben, um so verrückt zu sein, seinen Hund Einstein zu nennen. Mein Name ist Peter Parker und ich bin letzte Woche von einer Spinne gebissen. Das Herbst des Ozeans befindet sich seit 1912 in den Tiefen des Nordatlantiks. Das Herbst des Ozeans befindet sich seit 1912 in den Tiefen des Nordatlantiks. So, das war also der Test gewesen. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was davon du alles verstehen konntest. Schreib es gerne in die Kommentare, like dieses Video und abonniere den Kanal für weitere Inhalte dieser Art.